In diesem Video wird die Aufbauorganisation als Teil der betrieblichen Organisation erklärt. Es geht um die Gliederung von Unternehmen und um die Hierarchie. Die Aufbauorganisation zeigt die Gliederung eines Unternehmens in Organisationseinheiten. Übersichtlich dargestellt wird sie mit Hilfe eines Organigramms und Details kann man in den Stellenbeschreibungen nachlesen. Das Organigramm zeigt die hierarchische Ordnung eines Unternehmens, gibt Auskunft über die Art und den Umfang der Arbeitsteilung sowie über die notwendige Koordination und die Kommunikationswege zwischen den Organisationseinheiten. Es ist eine Grafik, in der die Organisationseinheiten eines Unternehmens meistens mittels Rechtecken dargestellt werden. Die Verbindungen zwischen den Bereichen werden durch Linien dargestellt. In der Stellenbeschreibung wird erfasst, was eine Organisationseinheit zu tun hat, ihre Aufgabe, wofür sie verantwortlich ist, ihre Verantwortungen, was sie tun darf, ihre Kompetenzen und ihre hierarchische Stellung, wem sie übergeordnet bzw. wer ihr untergeordnet ist. Ein Unternehmen hat eine Gesamtaufgabe, z.B. Gewinnmachen. Diese wird während der Aufgabengliederung in mehrere Hauptaufgaben aufgeteilt. Die Hauptaufgaben werden in Teilaufgaben zerlegt und diese wiederum in Einzelaufgaben aufgesplittet. Die Einzelaufgaben werden bei der Stellenbildung verschiedenen Stellen zugeordnet. Anschließend werden bei der Abteilungsbildung mehrere Stellen zu Abteilungen zusammengefasst. In dem dargestellten Organigramm wird eine Hierarchie mit vier Leitungsebenen und einer Ausführungsebene abgebildet. In der Ausführungsebene stehen die Ausführungsstellen, z.B. die Facharbeiter. Diese können auf unterer Führungsebene zu Teams oder Gruppen zusammengefasst werden oder direkt der mittleren Führungsebene den Abteilungen unterstellt werden. Die Abteilungen sind Bereiche oder Sparten zugeordnet und unterstehen direkt der Geschäftsleitung, z.B. dem Geschäftsführer oder dem Vorstand auf der obersten Führungsebene. Wie bereits im ersten Organigramm gezeigt, besteht die Aufbauorganisation aus Stellen und Abteilungen. Stellen sind die kleinste organisatorische Einheit in einem Unternehmen. Sie fasst Einzelaufgaben eines Arbeitsbereichs zusammen. Je nach Aufgabe und Befugnis unterscheidet man Ausführungsstellen, Leitungsstellen und Stabstellen. Ausführungsstellen führen Tätigkeiten aus, haben aber keine Leitungsbefugnis. Dazu gehören Fach- und Hilfsarbeiter, Büromitarbeiter, das Verkaufspersonal und Sachbearbeiter. Leitungsstellen haben Anweisungs-, Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse gegenüber den ihnen untergeordneten Stellen. Je nach Führungsebene nehmen Vorarbeiter, Meister, Gruppen-, Abteilungs- und Bereichsleiter sowie die Geschäftsführung diese Art von Stellen ein. Leitungsstellen werden auch als Instanzen bezeichnet. Eine besondere Art der Stellen sind die Stabstellen. Sie unterstützen Leitungsstellen, indem sie Informationen aufbereiten, Berichte erstellen oder Kontrollen durchführt. Stabstellen haben aber keine Weisungsbefugnis. Die Entscheidungen trifft immer die Leitungsstelle, der sie zugeordnet sind. Beispiele für Stäbe sind die Pressestelle, die Rechtsabteilung oder die Assistenzstelle der Geschäftsleitung. Bei der Festlegung der Aufbauorganisation eines Unternehmens wird von der zuständigen Fachabteilung in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung für jede einzelne Stelle eine Stellenbeschreibung erstellt. Sie dient der Dokumentation der notwendigen Qualifikationen für eine Stelle und ist die Grundlage für Stellenausschreibungen bei der Personalsuche. Ist ein neuer Mitarbeiter gefunden, dient die Stellenbeschreibung zur Information des Mitarbeiters über seine Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Die Stellenbeschreibung enthält die Angaben über die Stellenbezeichnung, den Rang bzw. die Position, den Vorgesetzten, den Stellvertreter, die untergeordneten Stellen, die Ziele der Stellen, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die Anforderungen an den Stelleninhaber und über die Entlohnung bzw. Gehaltsstufe. Beim Verfassen einer Stellenbeschreibung sollte man möglichst keine konkrete Person im Kopf haben, sondern sich an den Dingen orientieren, die zur Erfüllung der Unternehmensaufgabe notwendig sind. Wie in einem Unternehmen die Aufgaben gegliedert werden, hat Einfluss auf die Koordination und die Kommunikation zwischen den Stellen und Abteilungen. Natürlich beeinflusst die Gliederung auch die Art und Weise, wie das Unternehmensziel erreicht wird. Die Unternehmensgröße entscheidet darüber, wie detailliert die Aufgaben eines Unternehmens unterteilt werden. In kleinen Unternehmen sind weniger Aufgabenbereiche notwendig als in großen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Unternehmen zu gliedern. Entweder nach betrieblichen Funktionen, wie der Produktion oder dem Verkauf, oder nach gleichartigen Objekten, wie Regionen oder Kundengruppen. Bei der funktionalen Gliederung wird das Unternehmen aufgrund der für die Unternehmenszielerreichung notwendigen Funktionen eingeteilt. Funktionen können zum Beispiel die Materialbeschaffung, die Produktion, der Verkauf, das Rechnungswesen oder die Rechtsabteilung sein. Die funktionalen Bereiche auf der zweiten Hierarchieebene können in weitere Bereiche gegliedert werden. Bei der objektorientierten Gliederung wird das Unternehmen auf der zweiten Hierarchieebene nach gleichartigen Objekten in sogenannte Sparten aufgeteilt. Sparten kann es für unterschiedliche Produkte geben. In einem Möbelhaus könnten die Sparten zum Beispiel Sofas, Schlafzimmermöbel und Kleinmöbel sein. Auch Einteilungen nach Regionen, zum Beispiel West- und Ostösterreich, Europa und Asien oder nach Kundensegmenten, zum Beispiel Kinder und Erwachsene, Privat- und Geschäftskunden ist möglich. Sparten können unternehmensintern mit Budgetverantwortung oder als Profitcenter mit einem eigenen Betriebsergebnis geführt werden. Außerdem wäre es möglich, eine Sparte als Tochterunternehmen innerhalb eines Konzerns zu führen. Eine Tischlerei kann in Sparten, Möbeltischlerei und Bautischlerei aufgeteilt werden. Jede Sparte kann ein von der Unternehmensleitung vorgegebenes Budget haben, mit dem sie wirtschaften muss. In einem Krankenhaus kann die Röntgenabteilung ein Profitcenter sein. Die Aufwände in diesem Profitcenter, wie zum Beispiel Material- und Energieaufwand, Raumkosten und die kalkulatorische Abschreibung, werden den Erträgen, also den Zahlungen der Krankenkasse für die erbrachten Leistungen, gegenübergestellt. Damit kann ein eigenständiges Betriebsergebnis ermittelt werden. Ein Automobilkonzern kann für seine unterschiedlichen Marken eigenständige Tochtergesellschaften bilden, wie zum Beispiel der Volkswagen-Konzern mit seinen Töchtern VW, Porsche, Seat und Skoda. Das Organigramm zeigt ein Unternehmen mit zwei Sparten. Unterhalb der Spartenteilung gibt es eine funktionale Gliederung. Einige Unternehmensbereiche, wie das Rechnungswesen oder die Rechtsabteilung, können von allen Sparten gemeinsam genutzt werden. Werden Unternehmen nach einer der beiden Arten gegliedert, kann man die Stärken und Schwächen der Gliederungsformen beobachten. Die funktionale Gliederung hat folgende Stärken. Die Mitarbeiter können sich fachlich auf ihre Aufgabe konzentrieren und spezialisieren. Durch diese Spezialisierung und die Arbeitsteilung steigt die Effizienz, mit der gearbeitet wird. Den Instanzen, den Leitungsstellen, sind klare Verantwortungsbereiche unterstellt. Die Abteilungsleiter sind für ihren gesamten Bereich allein verantwortlich. Die Schwächen der funktionalen Gliederung sind die langen Kommunikationswege, die immer über die Geschäftsleitung laufen. Dadurch ist die Entscheidungsfindung langwierig und das System reagiert nur langsam und schwerfällig. Auf aktuelle Marktveränderungen kann so nur zeitverzögert reagiert werden. Außerdem sind die Funktionsbereiche voneinander abhängig und Probleme in einem Bereich wirken sich negativ auf das ganze Unternehmen aus. Manchmal entwickeln Abteilungen auch eigene Ziele, die von den Gesamtzielen des Unternehmens abweichen oder sogar in Konflikt mit diesen stehen. Diese Zielkonflikte wirken sich ebenfalls negativ auf den Unternehmenserfolg aus. Die Stärken der objektorientierten Gliederung sind zum einen die Spezialisierung der Mitarbeiter und zum anderen die abgegrenzte Verantwortung der Leitungsstellen auf ein Produkt, eine Region oder eine Kundengruppe. Dadurch kann das System rasch und flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Außerdem können sich die Mitarbeiter mit ihrem Teilbereich leichter identifizieren. Das führt zu einer erhöhten Motivation. Die Schwächen liegen in den funktionalen Doppelgleisigkeiten, da jede Sparte ihren eigenen funktionalen Bereich wie Einkauf, Produktion und Verkauf haben muss. Außerdem können die Sparten unternehmensintern konkurrieren, wenn in Randbereichen die Grenzen zwischen den Bereichen nicht genau definiert sind. Sind die Grenzen genau festgelegt, können die Kunden von den Mitarbeitern nur einseitig beraten werden. In der Aufbauorganisation haben sich drei Grundformen für die Über- und Unterordnung herausgebildet. Beim Einlinien-System hat jede Stelle genau eine direkte vorgesetzte Stelle. Nur von dieser Instanz erhält die Stelle ihre Anweisungen und wird durch sie kontrolliert. Die Weisungsbefugnis ist klar und übersichtlich geregelt und eignet sich daher besonders gut für kleine und mittlere Unternehmen, die klare Struktur brauchen. Das Unternehmen kann sowohl bei einer funktionalen als auch bei einer objektorientierten Gliederung angewendet werden. Das Stablinien-System ist eine Erweiterung des Einlinien-Systems, das um spezialisierte Stabstellen ergänzt wird. Eine Stabstelle ist einer oder mehrerer Leitungsstellen zugeordnet, hat aber selbst keine Weisungsbefugnis. Sie arbeitet notwendige Informationen auf, berät die Leitungsstelle oder führt Kontrollaufgaben durch. Das Matrix-System ist ein Mehrlinien-System, das zum einen funktional und zum anderen objektorientiert gegliedert ist. Daraus ergibt sich, dass jede Stelle zwei Leitungsstellen untergeordnet ist, von denen sie ihre Anweisungen erhält und durch die sie kontrolliert wird. Das System eignet sich für mittlere und große Unternehmen, erfordert aber eine gute Kommunikation und Koordination zwischen den funktionalen und objektorientierten Leitungsstellen. Die drei Grundformen haben jeweils ihre Stärken und Schwächen. Das Einlinien-System zeichnet sich durch klare Struktur aus. Es können einheitliche, zielorientierte Entscheidungen getroffen werden und die Verantwortungsbereiche sind klar abgegrenzt, wodurch Konflikte über die Zuständigkeiten vermieden werden. Die Instanzen können die untergeordneten Stellen gut kontrollieren. Die Kommunikationswege sind zwar eindeutig vorgegeben, aber sie sind, vor allem zwischen den Bereichen, lang und umständlich. Zu den Schwächen gehört auch, dass die Mitarbeiter nur für einen kleinen Bereich zuständig sind. Sie können ihre Möglichkeiten daher nicht entfalten und sind daher wenig motiviert. Der größte Nachteil des Einlinien-Systems ist, dass es auf Marktveränderungen nur langsam und schwerfällig reagieren kann. Die Stärken des Stablinien-Systems liegen darin, dass die Leitungsstellen entlastet werden, indem die spezialisierten Stäbe mit ihrem fachlichen Know-how Grundlagen für die Entscheidungen vorbereiten. Mitarbeiter aus Stabstellen sind gut vorbereitet, wenn sie später Führungspositionen übernehmen sollen. Zu den Schwächen des Systems gehört, dass die meist sehr gut qualifizierten Mitarbeiter der Stabstellen keine Entscheidungsbefugnis haben und darüber hinaus sehr teuer, also kostenintensiv sind. Oft besitzen Stabstellen einen großen informellen Einfluss auf das Gesamtsystem mit allen Vor- und Nachteilen der informellen Macht, die im Video Organisation im betriebswirtschaftlichen Sinn beschrieben sind. Das Matrix-System ist die flexibelste Grundform, die sich durch kurze Kommunikationswege und eine schnelle Entscheidungsfindung auszeichnet. Dadurch und durch die hohe Motivation der Mitarbeiter können Innovationen rasch entwickelt und umgesetzt werden. Das Matrix-System eignet sich sehr gut, Kundenanforderungen optimal umzusetzen und Kundenprobleme zu lösen. Es ist allerdings ein sehr komplexes System, das hohe Anforderungen an die Selbstständigkeit der Mitarbeiter stellt. Außerdem müssen die Mitarbeiter mit unterschiedlichen Anweisungen durch die beiden zuständigen Leitungsstellen und den daraus entstehenden Konflikten umgehen. Diese Konflikte können durch eine gute Kommunikation und Koordination zwischen den Instanzen vermieden werden. Zum Abschluss gibt es noch einen Überblick über die klassischen Aufbausysteme und einen Blick in die Zukunft der Aufbauorganisation. Bisher wurden bei der Aufbauorganisation Systeme vorgestellt, die sich an der Stellengliederung orientieren, wie die funktionale und objektorientierte Gliederung, und Systeme, die sich an der Art der Hierarchie orientieren, wie das Einliniensystem, das Stabliniensystem und das Matrix-System. Im Klassiker Allgemeine Betriebswirtschaftslehre von Thomen und Achleitner erfolgt die Einteilung nach Strukturierungsprinzipien und Organisationsformen. Sie ist in dieser Abbildung dargestellt. Die Matrix zeigt, dass die Strukturierung der Organisation nach den Prinzipien der Stellenbildung oder der Leitung erfolgen kann. Beim Prinzip der Stellenbildung wird die Frage beantwortet, nach welchen Merkmalen ein Unternehmen Stellen bildet. Die Merkmale sind das Objekt, die Verrichtung und die Region. Beim Leitungsprinzip geht es um die Beziehungen zwischen vorgesetzten und ausführenden Stellen. Zur Wahl stehen dabei das Einliniensystem mit einer einzigen Verbindung zwischen Stelle und vorgesetzter Instanz und das Mehrliniensystem, bei dem jede Stelle mehrere übergeordnete Stellen hat. Welche Organisationsform sich für die jeweilige Struktur eignet, zeigen die Punkte. Eine funktionale Organisation bildet ihre Stellen immer aufgrund der Verrichtungen, also der Aufgaben wie Einkauf, Produktion oder Verkauf. Sie ist ein Einliniensystem. Die Spatenorganisation bildet ihre Stellen aufgrund von Objekten bzw. unterschiedlichen Produkten wie Damen, Herren oder Kinderbekleidung oder Regionen, zum Beispiel Europa oder Asien. Sie ist ein Einliniensystem. Die Matrixorganisation bildet ihre Stellen immer aufgrund der Verrichtung und zusätzlich aufgrund der von Objekten oder Regionen. Da es zwei verschiedene Arten der Leitungsstellen gibt, ist sie ein Mehrliniensystem. Wie die Zukunft der Aufbauorganisation aussieht, lässt sich nicht so leicht beantworten. Auf jeden Fall muss sie neu gedacht werden, wenn sich Unternehmen auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen und auch künftig wettbewerbsfähig sein wollen. Die Leit, ein Unternehmen, das Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting für Unternehmen erbringt, hat dazu die Studie Organisation Neudenken, flexible Organisationsmodelle für das digitale Zeitalter, erstellt. Kurz zusammengefasst sind hier die Ergebnisse. Die Umwandlung in eine Organisationsstruktur der Zukunft ist eine tiefgreifende Veränderung für ein Unternehmen und seine Mitarbeiter. Daher sollten die neuen Organisationsstrukturen zunächst in kleinen Einheiten am Rand eines Unternehmens, die keine große Bedeutung für das Kerngeschäft haben, umgesetzt werden. Die geeigneten Bereiche werden in eine vernetzte, ergebnisorientierte Struktur übergeführt, in dem cross-funktionale und ergebnisorientierte Teams gebildet werden, die mit neuen Arbeitsweisen an konkreten Aufgaben arbeiten. Das Experiment mit der neuen Struktur wird so in einem geschützten Rahmen durchgeführt, der das erfolgreiche Kerngeschäft schützt und das Risiko der Transformation verringert. Außerdem kann der nötige Schwung aufgenommen werden, um die Veränderung schrittweise in die gesamte Organisation zu übernehmen. In traditionell funktional organisierten Unternehmen werden Fähigkeiten und Wissen der Mitarbeiter nach Kategorien gebündelt und in Abteilungen organisiert. Der Strukturwandel gelingt nur, wenn die Mitarbeiter die entsprechende Autonomie bekommen, dass sie Entscheidungen selbst treffen können. Das wird durch cross-funktionale, autonome, anpassungsfähige und digital ausgerichtete Teams erreicht, die für ihre Ergebnisse verantwortlich sind. In den Teams hat jeder das Recht, Entscheidungen zu treffen und die Pflicht, Verantwortung innerhalb des Teams und als Teil der Gesamtorganisation zu übernehmen. Damit das geht, müssen Manager einen neuen Führungsstil annehmen, bei dem sie die Mitarbeiter coachen und die Teamentwicklung in den Vordergrund stellen, anstatt Anweisungen zu erteilen und die Arbeit zu kontrollieren. In traditionellen Aufbausystemen wird in hierarchischen Strukturen mit einer funktionalen Aufgabenverteilung gedacht. Das behindert eine enge Vernetzung der Bereiche. Das Denken in Systemen stellt für viele Mitarbeiter aber eine Herausforderung dar, da man über den Tellerrand hinausschauen muss. Dazu benötigen die Mitarbeiter Kreativität und Motivation, um Sachverhalte neu zu denken, Mut, um Veränderungen aktiv zu gestalten, sowie ein Bewusstsein für die komplexen Beziehungen innerhalb des Unternehmens und zu externen Partnern. Führungskräfte können Mitarbeiter darin bestärken, sich als Teil des Systems zu begreifen, indem sie den Beitrag jedes Mitarbeiters und dessen Wert für die Organisation transparent machen. Ein passendes Arbeitsumfeld mit offenen Arbeitsplätzen, digitalen Tools und Plattformen kann das Systemdenken zusätzlich fördern. In globalen Unternehmen ist ein hohes Maß an Flexibilität notwendig, um kundenzentriert agieren und den Wandel des Umfelds als Chance begreifen zu können. Dafür reicht eine neue Organisationsstruktur allein nicht aus. Die Vernetzung von Teams in einer flexiblen Organisation erfordert die Beachtung mehrerer kritischer Rahmenbedingungen. Eine gemeinsame Zielorientierung der Teams, die über das Streben nach Profit hinausgeht, schafft eine wichtige Verbindung zwischen den vernetzten Teams und ist die Basis für eine gemeinsame Kultur, die durch Vertrauen und Transparenz gekennzeichnet ist. Das führt zu einem Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter und trägt zu deren Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft bei. Eine flexible Organisation, die auf Cross-Funktionalität und Selbstorganisation basiert, erfordert einen Führungsstil, der Teammitglieder motiviert und befähigt. Die Talente der Mitarbeiter müssen genutzt werden. Dazu gehören die fachlichen Kompetenzen, die Lernbereitschaft, die intrinsische Motivation und die Flexibilität. Kollaborations- und Technologieplattformen vernetzen die autonomen Teams miteinander. Neue, datengetriebene Technologien und die Automatisierung von Interaktionen ermöglicht effektivere und effizientere Prozesse der Zusammenarbeit. Neue Prozesse und Arbeitsweisen brauchen die Freiheit für Trial and Error. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren und scheitern zu dürfen. Mehr Videos zum Thema Organisation und anderen betriebswirtschaftlichen Inhalten findest du auf meinem Kanal Infostimme. Verstehen ist alles. Abonniere den Kanal, um kein neues Video zu versäumen. !